Ja, dann darf ich an dieser Stelle alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und ja, willkommen zu einem spannenden Handelstag, heute vorbörslich und vor allem aber auch während dem Handel ein bisschen leicht negative Vorzeichen zu sehen. Nachdem wir aber allerdings gemischte Indexentwicklungen gesehen haben, der DAX beispielsweise noch gestern ein bisschen über der Marke von 14.000 Punkte darüber hinaus gelaufen, da schien es noch so, dass wir eventuell auch nochmal nachziehen gegenüber den US-amerikanischen Indizes Richtung der Marke der alten Rekordhöchstende um 14.190. Das ist dem DAX nicht ganz gelungen, dafür aber die US-amerikanischen Indizes, zumindest was den Dow Jones betrifft, neue All-Time-Highs über der Marke knapp von 32.000 Punkte und die Technologie Börse Nasdaq 100 konnte auch hier nach den neuen Rekordhochs in der Nähe um 14.000 Punkte jetzt aktuell mit dem gestrigen Handelstag eine 10-Prozent-Korrektur hinlegen. Klar, wir bekommen natürlich diesbezüglich einiges an Anfragen, wie der Gesamtmarkt zu bewerten ist, ob wir weiterhin mit Konsolidierung bis hin zu einer Korrektur rechnen können oder ob das nur ein kurzer Dipper ist und wir in der kommenden Woche wieder nach oben stark laufen. Gründe hierfür, dass wir einen neuen Monat starten, der dafür eigentlich ja bekannt ist, wieder neue Liquiditätszuflüsse zu bekommen. Also, den DAX werden wir uns gleich nochmal charttechnisch anschauen und das Zertifikate Trade des Tages, was ich heute hier mitgebracht habe und im gesamten Team soweit besprochen haben, geht um die Plug Power. Nachdem wir auch hier ja regelrechte Korrekturen gesehen haben, uns auch da nochmal die charttechnische Verfassung etwas genauer anschauen und möglicherweise auch hier zeitnah auch ein Trade sozusagen von unserer Seite aus vorbereiten wird. Lasst uns da direkt mal einen Blick auf den DAX werfen. Wir sehen, es geht also nach wie vor, und das ist sehr, sehr wichtig, liebe Zuschauer, zumindest aus charttechnischer Sicht, solange wir grundsätzlich auf Schlusskursbasis nicht unter die 13.700 Punkte abschließen, bleibt der kurzfristige Trend weiterhin aufwärtsgerichtet. Sogar im mittelfristigen Bereich muss man an dieser Stelle ebenfalls ganz klar erwähnen, dass sowohl Marken um 13.100 bis 12.800 den mittelfristigen Trend in keinster Form, in irgendeiner Form hier schaden, sondern lediglich das mit einer gewissen Korrektur zu verbinden wäre und übergeordnet auf langfristiger Sicht auch hier noch kein Schaden soweit hier entstanden ist. Deswegen bleiben wir auch weiterhin optimistisch, also kurzfristig 13.700, solange wir oben drüber bleiben, sollte demnach auch hier nochmal der Test der nächsten Tage erfolgen, ein Unterbieten dieser Marke. Da müssten wir tatsächlich die Karten nochmal neu mischen. Von daher werden wir euch da unter Heavy Traders Punkt live um 14.15 Uhr auch nochmal diesbezüglich weitere wichtige Updates mit auf den Weg geben. Ja, die Plug Power, nachdem also hier die Zahlen gestern soweit bekannt gegeben worden sind, regelrechter Kurs, Einbruch in den letzten Handelswochen. Ja, wir haben hier die Plug Power, sehen wir recht gut, das Bewegungshoch knapp bei 75 Dollar. Ja, jetzt befindet sich die Aktie um 44 Dollar, zumindest in den vorbörslichen Indikationen. Im Bewegungstief waren wir ja fast bei 37 Dollar. Ja, man könnte schon sagen, dass die Aktie jetzt fast eine 50-Prozent-Korrektur hingelegt hat. Und hier gibt es diesbezüglich natürlich einige Fragen, ob das weiterhin korrigieren wird, ob das schon wieder Einstiegskurse sind. Wenn wir uns charttechnisch zumindest mal den Verlauf der letzten Wochen anschauen oder auch Monate, haben wir mit dem letzten großen Drücker, das war hier meines Erachtens nach, müsste das glaube ich der Dienstag gewesen sein, die Kurslücke jetzt erstmal soweit geschlossen. Und es geht jetzt letztendlich hier um diese Marke von 35 Dollar. Bleiben wir grundsätzlich oben drüber, wäre zumindest von unserer Seite aus weiterhin alles positiv. Ein Verlassen dieser Marke würde das Bild doch deutlich eintrüben. Und man müsste dann fortlaufend auch hier nochmal mit einer Korrektur rechnen. Soviel erstmal zu der Plug Power, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Ja, Plug Power wird ja mit unter anderem jetzt zum Monatsende hier mit in den MSCI World Index mit aufgenommen. Wie gesagt, die Zahlen sind da jetzt nicht so gut ausgefallen. Man ist aber auch eine Aktie, die recht volatil hier arbeitet und vor allem aber auch sehr stark nachgefragt wird. Und wenn es da zu großen Bewegungen kommt, führt es zum einen zu schnelleren Gewinnmitnahmen, aber auf der anderen Seite werden auch einige Stops mit auf der Unterseite ausgelöst, die natürlich eine weitere Verkaufswelle auslösen. Und deswegen wollen wir mit unter anderem die Plug Power so rum um 14.15 Uhr gemeinsam mit euch besprechen. Dazu laden wir euch alle recht herzlich ein. Die Registrierung ist nach wie vor kostenfrei. Und das dazugehörige Zertifikat, was ich mitgebracht habe, das wird auch hier mit eingeblendet, ist also ein Faktor-Zertifikat von Morgan Stanley mit vorliegender Wertpapier-Kennnummer. Martha, Anton, 5, Anton, Martha, Paula. Der Briefkurs aktuell liegt bei 5,23 Euro. Und ja, der Faktorhebel, wenn man so möchte, liegt bei 1,5. Und ob wir da jetzt schon unmittelbar einsteigen oder ob wir ein tiefes Limit in den Markt legen oder eventuell erst bei Stärke wieder kaufen, das wollen wir dann gemeinsam mit euch um 14.15 Uhr besprechen, weil wir hier einfach nicht genügend Zeit haben. Mit unter anderem sind auch noch andere Aktien, die im Gespräch sind, respektive auch dem DAX. Von daher, schaltet auf jeden Fall rein. Heavy Traders.com live um 14.15 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Wir freuen uns auf euch.